Unser Ziel ist es, über dieses Ritual dir Kraft mitzugeben, diese Schwingungen mitzugeben und auch selber die Schwingungen zu nutzen, um diesen krassen und häufig schwierigen Job Tag für Tag machen zu können. Das Nachschwingen des Tons, das geht über teilweise anderthalb Minuten, je nachdem, wie man es sieht. Und diese Kraft nehmen wir mit, die nimmst du mit, in dein Alltag.